Ja, die Racer Droge. Boah, irgendwer war gerade in mir drin. Oh ja, Jan und Stocker stehen zusammen. Ey, wieso steht er da in mir drin hier? Was ist das? Ja, ich hab's auf Video, ja. Irgendwer steht in mir drin. Ja, Racer. Äh, Janine. Ja, super, Alter. Ey, Alter, was ist das hier, ey? Ey, Mann. Strafen wir schon wieder. Ey, Alter, gib Gas, Alter, ich komm nicht weg. Ich hab nur überall Autos gesehen grad. Ich hab nur überall Autos gesehen grad. Ja, der kommt jetzt richtig auf. Ich hab nur überall Autos gesehen grad. Aber ich fahr auf Trockenheit. Au, au, sorry, sorry, sorry. Ich hab hier nur Schnaufe gemacht. Ich krieg mein Spiel wieder. Oh, sorry. Ey, sorry. Ich krieg die Koppel gar nicht mehr. Und jetzt werde ich. Wieder. Und. Oh, 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 oh. Patrick, nein, Patrick. Scheiße. Sorry, Leute, die Koppel ist weg. Oh, kief. Ich wollte von jemandem rausgerufen, und Tom bin ich sie knapp. Ja, klasse. Okay, wer ist der Koppel da? Ja, nee, du warst, glaub ich. Oh, 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 oh. Sorry, Bei und ihr, der das richtig mitgenommen hat. Ey, Erdimo, gehst du hinten? Ja. Au, Vitali! Gas! Boah, Janni! Alter, aber es geht nicht, ja? Ja, langsam! Die Steward hat eine Zeitstrafe gegen sich. Sorry, da. Oh, bei mir lieber, es ist mit dir passiert. Wird ein bisschen übersteuern? Ja. Ja, irgendjemand hat mich in der ersten Kurve so ausgedrängt, abgeschossen, ich hab mich gedreht und jetzt... ...habe hier einen schönen Kampf mit Ital... ...und Patrick. Patrick nimmt wieder eine kleine Gefieder! Ja, einfach mal, Patrick! Schon wieder! Sorry, sorry, Stordi, ey, das... Kann nicht, ey. Irgendwer, ich wollte da querformen wie gerade. Ja, das war's, Donny. Vital habe ich dich da berührt. Ja, es tut mir leid. Otto führt wieder, ich glaub's nicht. Besser, grad durchgefahren. Oh, was ist das, du bist? Oh, was ist direkt jemand spuglich sehen? Oh, was ist direkt jemand spuglich sehen? Wieso reg' immer echt strafen eigentlich, verstehst du? Oh, was ist das? Versteh' ich auch nicht. Wenn ich mich träge, die Strafe wegen... ...unerdat überholen. Oh, Mann. Patrick, das musst du ausrichten gerade. Was er gesagt hat. Ich will noch mal ein bisschen mehr Wege ein Funksprogramm holen. So, Patrick, jetzt mal vorsichtig durch die Kurve da durch. Ich hab's nicht geschafft. Bitte? Gut. Gut. Aber immer mal ein bisschen mehr, wenn wir nicht umsteig getreten haben. Bin ich hier über die Kurve geflogen, ey. Immer mal ein bisschen mehr, wenn wir nicht umsteig getreten haben. Yes, Zweiter! Boah, Joe, abfällig. Bang! Batsch, blase. Wieso kriegst du immer Strafen hier, ey? Ja. Jaja, keine Ahnung, Alter. So wie du manchmal fährst? Ja. Ja, das war ja auch... Wer fährt denn noch? Recht. Mhm. Ey, aber das war wieder so ne Scheiße. Ich wär' wahrscheinlich wieder ganz vorne gewesen, wenn ich nicht bei Italien geblieben wäre. Der stand so scheiße, dass ich konnte nicht weg, Alter. Genau rein. Von ganz vorne nach ganz hinten, ey. Scheiße. Ich wusste am Anfang überhaupt gar nicht, was für ne Strecke das ist. Ich war letzter, noch einmal sind sie alle, bam, vor mir. Klatsch. Ich fahr' ich in den einen rein. Ich muss dir aber ein paar Punkte holen. Boah, Alter, das hätte ich langsam. Ja, ist neunter, weil wir alle durchdauer nie aufgehalten wurden, der sich gedreht hat. Wo er gedreht wurde. Boah! Boah! Ja! Ich hab die ganzen.... Du hast fast vor die Kante bei der Wochseleinfahrt gefacht, das wird schon mal passiert. Oh, jetzt sag ich ihn aber. Patrick! Oh Mann ey, ich komm nicht vorbei an Starne. Ja, ich darf nicht. Ja, ich sag ihn doch. Schönen Tag. Oh, schade. Ne, ne, geht vorbei, geht vorbei. Geht alle vorbei. Geht von mir aus alle vorbei. Koopa, lass ich jetzt erstmal in Ruhe. Endlich. Ich werde jetzt dazugekommen. Und jetzt geht's doch. Oh Mann, das geht doch. Storni, überholt. Ich hatte mal ein paar Führungsmeter. Das macht mich schon stolz. Klasse, das war eine neue schnellste Runde. Aber ich fahre nicht auf schnell. Oh, verdammt. Und Ocho ist vorbei, ey. Das ist so bitter. Auf der Zeit habe ich einen Storni vorbei. Und als ich ihn geholt habe, fährt er selber neben der Strecke. Klasse. Anfänger. Ich fahr mal. Ach, ich komme. Na ja, doch besser. Das... ...wahrs. Was? Hey, was für die Interaktion? Nicht, das war's, weil... Ich hab gesagt, das war's, weil... ...pallen jetzt irgendwo zu mir weit vorne, ich bin so klar. Ich kann bald nur noch abschießen, wenn du willst. Ah, passt! Nein, ja, ich bin schon bald weg. Patrick ist aus dem schon so weit weg. Ich pahre doch! Oh, da war der Eraser, der kann falsch gut werden. Jetzt zum Eraser, also ich finde ja, was war das? Der Eraser, Junge! Hey, was soll der Scheiß, der Eraser? Danke! Hey, das... Die Aktion, was ist bescheiden, grad. Ah! Ey, das war so ein Leger-Lis. Hier, Eraser, geh mal bitte runter, das hat mit dir keinen Sinn. Ach, du Scheiße, ey. Was ist eine dumme Situation? Hey, das geht doch grad nicht. Falsch. Fantastisches Rennen! Glückwunsch!